Okay, gucken wir uns die Seadoo Speedster an, sind hier gerade in Tennessee. Schöner Tag heute, vielleicht 28 Grad nahe am See. Die Jungs haben das Boot hergebracht, bin hier gerade angekommen. Das ist jetzt hier, vier nach zwei. Das ist der Besitzer David, das ist im Boot. Mein Freund sitzt der Boot gar rein mit dem Trailer. Ich glaube nicht, dass wir dann ein paar Leute drücken. Man muss das hier runter, das ist das, was ich dann mache, das ist das, was ich dann. Ich bin dann nochmal auf, was ich dann ab. Ich bin dann ab und ab und ab, was ich dann. Dann, das ist dann ab und ab. Ich bin dann ab und ab und ab. Oop, oop. Oop, oop. Welkom da. Gleich weg mal aufsteigen.